Zeug müsstest du auch kriegen, ne? Hallo, hallo, hallo. Grüß dich, wir sind's wieder. Wir sind wieder bei ARG unterwegs. Immer noch. Und immer noch. Und wir auch immer. Ähm... Habt ihr irgendwo Leder da rumliegen? Ähm, müssten in den Truhen irgendwo noch irgendwie 100 Leder rumliegen. Ja, aber die bräuchte ich jetzt. Brauchst du alle 100, ja? Ich glaub ja, für den Sattel. Okay, alles klar. Ich hätte... Ich hätte noch, ähm... Hat aber auch einen schönen Namen gekriegt. Ja, ich will nichts hören. Oh, wieso? Oh, Holz fällt mir. Ich habe gerade wieder Holz dabei. Viel Spaß. Danke. Bitte. Warum nicht Holz? Ähm, hast du meinen Raptor mit? Nein. Ich habe Delta hier, wo es Alpha... Keine Ahnung. Äh... Alter? Also ich habe nur dein Dings hier. Dein müder Dino. Kannst doch pfeifen, oder? Kommt der dann nicht? Äh... Normales müsste doch der dann kommen, oder nicht? Nö. Hm. Ein Raptor ist weg. Wieso ist dein Raptor weg? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Im Wasser, ja? Ich glaube, der ist da unten erlegt worden von der Zitatenbohr. Oh, das ist natürlich übel. Äh... Das ist blöd. Jetzt haben wir noch ein Raptor. Ja, dann müssen wir uns halt wieder ein besorgen. Ja. Gut. Hast du wenigstens einen Zattel? Nee. Ja, es wird Zeit, dass wir halt unser Dings kriegen. Unsere Wände. Ja, Wall bauen, ne? Ja. Oh, schön, viele Feuersteine. Hast du... Du hast den Parasaurus mit, gell? Ja. Auch schön. Nö. Ich glaube, zur Not habe ich den Raptor noch. Das ist doch scheiße. Wow, der zerspringt in tausend Teile. Oh, was rennt denn da hinten rum? Okay. Dann können wir den noch zerschlagen hier. Blöd, dass ich euch auf der Körper netze. Ich sehe nicht. 251 Meter von mir. Da ist ein grünes Ding zum Einsammeln. Das ist ein grüner Strahl. Ich leine mir mal deinen Raptor. Jo. Der ist nicht weit weg. Komm, machen wir mal kurz zurück. Ah, da ist er noch. Bei mir. Mein Raptor. Nein. Der grüne Strahl. Haben gesehen. Ich bin da. Da ist ein Wasser. Ja. Ich lasse deinen Dings hier mal kurz stehen, gell? Mhm. Das ist der Biber. Denk mich weißes. Weißes. Was ist denn da drin? Holzfalltür, Holzleitern, Feuersteine, 30 Stück, 35 Steine, 6 Narkosemittel, 15, 51 Holz, 46 Leder, 85 Stroh und 91 Fasern. Oha. Ich bin sowas von überladen. Ich komme mal kurz zum Dings zurück und schmeiße es da rein, gell? Ja, kann ich machen. Oh, ich denke, da wird noch Platz haben. Ein bisschen. Inventar öffnen, schmeißen wir mal ein bisschen was rein, gerade schwere Zeug, die Steine schmeißen wir rein. Holzfalltür, Holzfalltür. Von den Zündsteinen könnte ich dann ein paar gebrauchen. Feuersteine. Oder Feuersteine, ja. Ich habe 77 Stück. Okay. Waren 30 Stück mit drin. Ich habe 77 Stück jetzt. Kannst du noch laufen damit? Ja, okay. Ich glaube, ich kann mit Delta, ah doch. Und sogar noch gut laufen. Ja, ich brauche jetzt halt lange. Ja, ich marschiere mal los, ne? Solange mich der Raptor jetzt nicht ein, äh, der Spino jetzt nicht holt, bin, ist alles in Ordnung. Oh, da steht nochmal ein Kylo, guck mal. Hä? Hier. Oben rennt einer rum. Du meinst die Schildkröte? Nein, ein Kylosaurus. Ein Kylosaurus? Mhm. Was ist denn das, was ich jetzt hier habe? Parasaurolofus. Ach, ah, ah, okay, Parasaurolofus, okay. Hey, Meg, Feuer hast du schon? Ja. Ein Kylosaurus wäre, äh, mit der, mit einer Keule am Schwanzende. Achso, ja, krieg dich. Der T-Rex-Jäger. Meg ist schon Level 14, hey. Äh, warte kurz. Äh, knall da mal wieder was rein, ne? Sind da ein paar, äh, Feuersteine dabei? Natürlich. Hab ich dem, hab ich dem Dino ins Inventar gelegt, so nochmal 30 Stück drin, gell? Ich hab da jetzt 70 reingetan. Dankeschön. Bitteschön. Ein paar Steine hab ich noch. Knall ich auch was rein. So, mit roh. Ähm, was hat der? Ja, ich bin dann gleich mal da. Was hat der? Ich bin dann gleich schon mal. Hm? Ich, ähm, nehm das alles mal raus, ne? Die Holzfalttür, die Holzleiter, die Feuersteine. Außen in den Thronen dürft's vielleicht noch Platz haben. Ja, bei Meg hat's der Haarplatz. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht mal die größere Truhe baue. Ähm, Blaupause Lederhut lass ich mal drin, oder? Kann's eigentlich, musst aber nicht. Meg? Hm? Ich erforsche jetzt mal den Schrank. Ähm, der, äh, ja, der nimmt sehr viel Platz weg. Echt? Ja, aber du hast ja schon, äh, zwei Wände übereinander, da kannst du nicht stellen, da ist es okay. Ich hätten jetzt, ich kann sogar gleich bauen. Mhm. So viel Zeug hab ich dabei. Ah, jetzt bin ich leichter. Ich bin mal vielleicht so assi und stell den bei dir vor's Haus, ne? So. Ich steh den Schrank. Mhm. Hier an die Wand, wo du die Truhen stehen hast. Ja. Stell's am besten so hier da hinten hin. Da hinten, einfach rein. Ja, ja. So, aber an die Wand fahren halt, wenn's geht. So. Wow. Was passt da rein? 45 Plätze sind da frei. Wow, geil. Ich bräuchte jetzt nochmal 30 Holz, dann könnte ich nochmal einen machen. Ist der Parasaurus noch was drin? Äh, nein. Holz ist ja keins mehr drin. Okay. Wollte den jetzt eigentlich wieder vorne parken. Haben sie dir dein Raptor gekillt, hä? Na, wenn du genau guckst, wenn du da runterschaust, da wo der ganz Dicke jetzt steht, rechts daneben, da liegt er. Siehst? Oh, was? Ungefähr da in die Richtung. Keine Ahnung. Kein Plan. Ist tot. Ist leider tot. Okay. Herstellbares. Zack, alle herstellen. So, 35 Punkte hätt ich übrig. Irgendwann sollte ich auch mal was bauen. Kriegstrommeln. Wär dein Ding, gell? Ich kann Kriegstrommeln bauen. Kompass. Oder Alarm. Ja, brauchst aber eher Dings dafür. Irgendwas aus der Höhle bestimmt. Natürlich, natürlich. Guck doch nur. Mac? Hm? Ich hab jetzt mal ein paar Fackeln aufgestellt. Hm, nice. Hab ich auch gelernt, aber ich hab jetzt noch keine aufgestellt machen. Was hab ich da noch? Ich jag jetzt in jede Fackel erstmal fünf Holz rein. Lürfte für fünf Nächte reichen, meinst du? Ähm, im Normalfall, ähm, bei mir hatten die sich dann sogar nach der Nacht wie ausgeschalten, also wie wenn die abgebrannt waren oder irgendwas. Äh, aber das kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Also, das muss ich jetzt mal gucken, ob das permanent so ist dann. Ja, ich schmeiß einfach mal in jede Fackel fünf rein. Ah, okay, ich muss jetzt erst... Ja, ich muss jetzt erst den Dings erforschen. Den Boden. Ja, ich muss aber... Meck, du hast doch morgen, äh, frei, ne? Mhm. Ja, ich, äh, fahr morgen nach Hause. Ja, weiß ich. Ich komm erst den Sandhau wieder. Und hörst du mal los, warum du frühst? Ja, nach dem Aufstehen heute, ne? Nach dem Aufstehen? Ja, zum 10 und 11 wahrscheinlich, keine Ahnung. So, 65 Punkte, Meck, was wäre nicht schlecht? Strohfundament. Äh, du meinst vom Erforschen? Mhm. Das ist Strohfundament. Hm. Ja, willst du dann vielleicht, äh, Richtung, äh, Wasserrohre und so gehen? Wasserrohr, Wasserfundament? Die hab ich schon. Ich hab Stein, Stein, Ansaugrohr, Stein gerade, Stein, hoher Wasserhahn. Dann, Wasserspeicher. Wasserspeicher? Wissen wir? Ja, ist direkt nach der Steinwand dann. Nach der Steinwand. Wasserspeicher, ich brauch noch Zement. Ja, das brauch's auch stimmt, ja. Lernen, ja. Messer und Schlüssel hab ich ja schon. Dann, Wasserspeicher, ja. Weiter, ich hab noch 55 zu vergeben. Ein Schmelzofen hab ich schon, äh, erforscht. Okay. Kannst du dann nachher Eisen? Hast du, äh, dir schon, äh, Dino-Tour und, äh, für, für, äh, für die Umzäumung alles, äh, gebaut? Für Umzäunung? Was, was brauch ich denn für die Umzäunung? Holzpfeil oder wie? Ne, da brauchst du erstmal, äh, Zaunfundament. Dann brauchst du, äh, äh, wo ist denn das Zaunfundament? Ich brauch erstmal Holzfundament. Ja, äh, Holzzaunfundament, hm? Ne, Holzfundament brauch ich. Holzzaunfundament. Ganz Musik? Wer kämpft? Ich nicht. Na, wie willst du nur die Umzäunung machen? Willst du die mauern oder willst du die, äh, ähm... Es reicht Holz, oder? Und zu Dinos in mir? Der, 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 denke ich schon Palisaden bauen. Äh, pass mal auf, ich hab doch das ganze Holzzeug erforscht, äh, soll ich dir da, äh, gleich das Fundament auch mit erforschen, dass ich das dann später baue. Ja, Zera steht da ganz weit draußen, Mec, gell? Hm? Dein Dinosaurier steht da ganz... Achso, du bist da draußen. Ich bin da draußen. Oh! Oh! Ist das nächste Dinosaurier, wo uns verloren geht? Nein, nein, nichts geht hier verloren. Ich baue jetzt auch mal eine Hütte irgendwann, hä? Ja. Schau wieder raus. Kampfmusik, gell? Dann muss doch, dann muss doch irgendwo noch mein Raptor rumstehen. Blöd, dass du denn jetzt siehst. Ist der irgendwo da unten noch? Ich seh ihn! Haschen! Da unten rennt er rum. Achso, ein Fisch! Dann spring runter und hol ihn! Kann ich da, du bist auch einfach so runtergesprungen, gell? Natürlich, ins Wasser geht's! Alter! Jetzt greift er den Großen an! Oh, soll ich kommen? Nein, 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 geht schon. Ich schieße die jetzt einfach nieder. Läuft dann Raktor Amok und räumt die Insel auf, oder was? Ja! So sieht's aus! Alter! Aber wie halten die denn aus? Ihr habt denn einen! Hab den anderen! Man, ey, Viech! Jetzt hab ich nur sechs Pfeile. Oah, Aua! Haschen? Ne, ich werd angegriffen von so'n Dilophosaurus. Hab den! Hab ihn, ja! Mann! Jetzt steck ich in dem, in dem Dings- Boah, leck mich am Arsch! Ist der voll! Der hat gekillt ohne Ende, oder? Der ist auch mal gelaufen! Ha, 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 ha! Ey! Ja, Andy, das ist aber das, was ich dir gesagt hab, dass du in mancherlei Hinsicht wahrscheinlich ein bisschen zu leicht das eingestellt hast. Weil im Normalfall hättest du jetzt noch keinen Raptor. Mit Betäubungspfeilen ist das doch kein Problem. Die wirken, die, die haben ja immer dieselbe Wirkung, die Pfeile. Ja, du hättest, äh, brauchst aber viel mehr Fleisch und viel mehr Zeit, vor allen Dingen. Den hab ich normal gezähmt, den ersten. Okay. Mit Zehngeschwindigkeit normal, also bei mir hat der, glaub, irgendwas zwischen 40 und 60 Fleisch hat die Sau gefressen. Okay. Oh, was machst du denn für Sachen, ey? Aber echt. Viech dumm, ey. Dauert jetzt ewig, bis ich mit ihm das Wasser geschwommen bin. Ja, gut. Aber er lebt. Ah! Mega Piranha! Ach, fuck. Was ist? Piranhas. Hat er dich jetzt zerlegt, oder was? Nein. Halt's doch. Ich darf ihn. Hä? Bloß, du brauchst halt ewig, ne? Ja. Oh, scheiße. Boah, geh mir nicht auf den Keks jetzt. Oh, du kannst ein PIN-Code festlegen für die Kiste. Mhm. Dass kein anderer ran kann, aber warum auch, ne? Ja. Teilen ja alles. Ja, das macht halt nur Sinn, wenn wir jetzt wirklich einen Surfer irgendwie mieten würden, oder irgendwas, wenn dann, äh, äh, ich sag mal, wenn dann wirklich irgendwie Community oder irgendwas, wo beide dann immer noch die Kiste kaputt hauen können. Kaum wieder da, muss scheißen, oder was, hä? Hehehe. Level, äh, Level kannst du auch updateen. Ja, jetzt ist er paltz. Jetzt habe ich ihn passiv gestellt. Ich habe ihn, glaube ich, auch sehr auf aggressiv gestellt. Delta ist schon auch noch passiv, ja? Ja. Nein, nein, na doch, er ist auf aggressiv, ne, auf aggressiv. Nein. Delta steht auf aggressions-level passiv. Passiv, ja. Bleibt nicht an. Gut. Ist aber weiblich, gell? Meiners männlich. Oh. Die könnten sich theoretisch paaren. Ja. So. So. Das war jetzt aber auch ein bisschen so eine Aktion, hä. Natürlich. Warte mal, die Ceratops, ich brauche 150 Leder, ich brauche noch 100 Leder. Habe ich doch bestimmt noch irgendwo rumliegen, oder? 124 Leder habe ich noch rumliegen. Dann machen wir nochmal kurz den Dreh, Ceratops-Sattel. Und holen wir Glenn nochmal einen, ja? Bist du auf den Geschmack gekommen, ja? Mhm. So. Ziemlich. Ist ziemlich geil. Also ich sag mal, mit dem eigenen Surfer, für uns drei, würde ich gut finden, mit Community ist halt dann schwierig, ne? Ja. Weil es ist echt ärgerlich, wenn du dir auch richtig schön was aufgebaut hast. Und dann kommen so Idioten und... Ja gut, dann müssen wir halt, müssen wir halt, ähm, ähm, äh, die Dings dann wirklich Pin-Codes vergeben. Ne, du kannst dir ja mit der Axt trotzdem verschlagen. Achso. Ja, ja, das geht. Hm, das ist blöd. Wo ist denn da noch ein Tri-Zeratops? Da wäre es gut, wenn wir irgendwo eine Höhe legen, wo wir hier, wo wir das reinpacken könnten, das Zeug. Ja, und dann lässt von was bewachen? Von 10.000, von 10, ja. Oh, da ist ein, da ist ein, da ist ein, da ist ein, da ist ein Tri-Zeratops. Level, 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 Level. Zwei, männlich. Mech, wir können Kinder machen! Ich mach mir langsam Sorgen, Andi. Hä? Ich mach mir langsam Sorgen. Ach, komm. Oh, der ist voll ausgehungert. Der ist voll ausgehungert. Oh, geht das schnell. Ja, klar, wenn der ausgehungert ist, ne? Mhm. So. Und jetzt brauch ich Stroh ohne Ende, oder was? Äh, für Strohwände und sowas. Mhm. Ähm, warte. Strohwand brauchst. Zehn Stroh, zwei Holz, sieben Fassern. Pro Wand. Okay. Oh, meiner sieht cool aus. Der ist schwarz, ne? Und hat rote Flecken. Was denn, Dodo? So, jetzt baue ich ein Holzfundament, äh, Fundament. Wo stelle ich jetzt meine Hüte hin? Irgendwo zwischen, zwischen Mechs und meine. Ja, aber da ist so schräg hier. Ja, dann guckst du halt, dass du weiter nach vorne gehst, da ist halt mehr, mehr, mehr flach, ne? Ja, es wird auf jeden Fall erstmal eine, äh, eine Gerade, das lässt sich am einfachsten bauen. Ja, gut. Dann packe ich sie hier hin. Hab ich den Sack jetzt gemacht, oder? Ja, hab ich. Zwar schrägen über Brücken, aber, das ist, mh, bis zu einem gewissen Grad geht das halt. So, jetzt mache ich erstmal. Lass mal gucken, dass der wieder auf seinen... Grad an Futter kommt, so. Geht ja mal gar nicht, wenn der so hungert. Wo? Fasern brauche ich noch viele. Gucken wir mal. Oder was sind Fasern haben wir? Ah ja. Das sind noch ein paar. Strohfundament, wie viel brauchen wir da ungefähr? Äh, vier Stück für ein normales. So groß wie meins, sind vier. Ich würde empfehlen, noch mindestens sechs aus Fundament von der Basis her. Aber, das ist Geschmackssache. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das dann hier aufstelle. Sieht mir hier einfach bloß raus, oder was? Was war mir, als ich ihn geholt habe, jetzt ist er schon Level 2. Wie macht man das jetzt? Du stellst das her und dann ziehst du dir das in der Aktionsleiste. Und, äh, wenn du, äh, Hausen, Inventar, Hausen bist, kannst du in der Aktionsleiste das direkt anwählen und dann halt... Ah, okay. Und jetzt platzieren. Ah, genau. Okay. Ich bring da noch was mit. Das könnten Dinos sein. Guck mal. Meck, 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 meck. Hm? Moment. Was wackelst du hier so drum? Baumfeld. Sieht schon cool aus, gell? Sieht auf jeden Fall, äh, egal aus. Ja, der levelt auch gleich wieder auf. Ah, schön braun, ne? Mhm. Rot eigentlich, oder? Was meinst du? Sieht auch rot aus. Oh, ne, Ego-Perspektive sieht's reiten auf dem Viech cool aus. Jetzt ist der Level ab. Leck mich am Arsch, du. Wo baust du denn? Ach, da. Hier. Hallo. Hey, lass ganz, ja? Ich hab's nicht vor zu zerstören, ja? Tüte eingerannt, oder was? Ist ja nur Stroh, ne? Ja, guck mal, was du mit meiner Tür gemacht hast, ja? Ja, mach halt wieder hier rein. Ja, ich nicht. Ich hab's dir kaputt gemacht. Ach so, muss ich das machen? Quatsch, na, okay. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir folgendes, jetzt machen wir hier gleich, Befehl folgend deaktivieren, Momentar öffnen, ah, der stellt ein Level ab, komm, er kriegt Gewicht. Oh, ich kann das zwei herstellen, oh je. Fällt oder wie? Da fällt irgendwie das Material. Gefehlsmaterial. Mac? Hm? Ich baller den Schrank mal voll. Ja, gerne. Mit, was hast du denn Schönes? Äh, ich leg dir Fasern rein. Fast 300 Stück. Stroh, brauche ich. Stroh. Bist du durch die Gegend gepflückt? Ja. Ich bin durch die Gegend gepflückt, ja, warte, komm her. Ich hab dir... 85. Ah, das reicht ja mal für die nächsten Bauwende. Wenn du noch was brauchst, ich hab noch 52 dabei. Mac hat bestimmt auch noch irgendwo rumfahren. Für die ersten Wände reicht's. So, hier rein. Sieben Wände. Also, alle herstellen. Ich brauch eins, zwei, drei, vier... Warte mal. Sechs brauchst du schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, brauche ich noch. Ja, passt doch. Sieben Wände. Dann hab ich erst mal alles... Ja. Ja. So. Ähm. Herstellbares... Strohwende... Da öffnen, alle herstellen. So, mein Stil... Mein Triceratops ist leer. Äh. Oh, ich soll dir natürlich bisschen was zu essen im Inventar lassen, ne? Also, wenn der nix zu fressen gibt, äh, zu fressen kriegt, dann weiß ich auch nicht. Der Schrank ist schon nützlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Die ganzen Lagermöglichkeiten sind nützlich. Wie gesagt, ich hab bei mir selbst irgendwo in der Botanik einfach irgendwo mal zwei Truhen hingestellt, um da irgendwas schnell zwischenzulagern. Ach komm. Achso. Fenster kann man auch bauen, oder? Ja, mit Holz. Ach, muss man... Soll ich, soll ich, soll ich dir eins machen? Ähm, ja. Eine Holzwand mit Fenster. Echt? Wie kann man Fenster bauen? Holzwand, Holzrahmen mit Holzfensterrahmen. Okay. 36 Holz. Da, wo es jetzt noch frei ist. Neu, Stroh. Stroh misst du ja noch haben. Stroh? Ähm, ähm... Ne, hast du keins mehr, hast du ja alles verbaut, verballert noch. Nein, 18 Stroh habe ich noch. Okay, und dann brauche ich, was war es noch? 51 Holz habe ich auch hier. Sechs Fasern bräuchte ich noch. Fasern habe ich nur eine. Okay, dann hole ich beim weg noch welche. Und dann brauche ich noch für die Tür. Dann brauche ich noch eine Tür. Dann muss ich noch Decker bauen. Ähm, Fasern... Oh ja, Fasern brauchen wir noch ein bisschen Stroh, Holz. Ich bring, ich bring dir Fasern mit. Und Stroh. Fasern bringe ich dir noch ein paar mit. Stroh muss ich gucken. Da muss frei ist. Ja. Ja. An der Tür hast du schon, gell? Ja, da... Tür habe ich noch nicht. Ja, da mach ich rein. Dann... Blick aufs... Auf... Auf das Tal, weißt du? Okay, warte. Da ist halt kein Fenster drin, ne? Ich habe bloß den Rahmen. Ja, ja. Ja, schön. Gell? Ja, jetzt kann man da hinstehen. Na, toll. Warte, magst du nicht? Toll. Jetzt baue ich dir noch ganz kurz einen... Nen Dingsra... Eine Tür. Und einen Strohtürrahmen. Und setze sie gleich ein. Ja. Dann muss ich nur noch nach der... Nach der Decke gucken. Wenn ich... Wenn ich es gerade dabei habe. Ne, bau doch noch eins höher. Wie? Noch eins höher? Hab ich doch auch. So hast du die... So hast du die Decke gleich voll auf dem Schädel, wenn du reinläufst. Ich hab nicht so viel. Wir haben doch alle. Hallo. Äh. Ich hätte gern die Tür. Lol. Okay. Warum zeigt er mir die Tür nicht an? Warum zeigt er mir die Tür nicht an? Ja, okay. Ich hätte... Aber jetzt bin ich... Jetzt habe ich nichts mehr. Komm mal geschwind. Komm mal geschwind her. Ich schmeiße die Tür einfach geschwind auf den Boden, gell? Du musst sie einsetzen. Ja. Okay. Das brauchst du noch Strohwände. Strohtürrahmen. Was? Kann ich was abreißen? Ne, will ich doch nicht. Strohtür? Hab ich doch... Ja, 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 ja. Ich muss die... Ich muss die ja runterziehen. Ich kann dir gerade noch zwei herstellen. Ja, ich muss gucken, was ich noch alles brauche. Was gibt es denn noch hier? Zement! Eieiei! Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Seltener Pilz. Ja, das war alles in der Boa drin. Jetzt pass auf, was baue ich denn? Ich baue jetzt fürs Strohdach, holt Stroh und Fasern. Du brauchst erstmal mal ein paar Wände. Ja, und Stroh und Fasern baue ich. Ich bin gerade noch am Stroh... Am Strohwände bauen euch kein sechs Stück bauen. Warte mal, drei Stück stehen, dann brauchen wir vier, ne? Ja, acht, äh, sieben oder acht, ja. Ja, ich baue gerade noch welche. Ich bin gerade noch welche am Bauen. Hier liegt noch ein Stoffhemd rum. Dann kann ich das anziehen, das friere ich nicht so. Ja, mir ist kühl. Genau. So, jetzt friert er nicht mehr. Sieht schon ein bisschen mehr noch was aus, oder? Oh, hier sind ja zwei Strohwände. Wände? Ja. Da brauche ich nur noch eine machen. Ja. Und aus dem Rest machen wir dann Dächer. Zwei Strohwände? Ja. So. So, der Fundament ist auch noch jetzt hier Strohfundament. Echt? Mhm. Okay. Der 1. So, was brauchen wir jetzt so die Dächer? Gut, dann komme ich mal. Das sieht schon besser aus jetzt. Stroh. Wir brauchen Stroh. Stroh, warte mal. Mit dem Triceratops-Baustoch. 18 habe ich noch. 18 Stroh. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Mit dem Triceratops-Baustoch, die Bäume ab und kriegst mehr Stroh raus als alles andere, oder? Ja, weil die zu bürsten. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir. Oh ja, oh geil. Ey, das ist so ein richtiges Arbeitstier, gell? Ja, für den Basisaufbau ist der nicht schlecht, um das jetzt mal so höflich zu umschreiben. Also jetzt glaube ich, haben wir genug Stroh fürs Dach, ja. Jetzt brauchen wir doch noch vorne eine Strohwand. Habe ich die hier? Ich habe doch zwei mitgenommen. Oder war das nur eine? Ich bring. Ich bring Stroh. Ja, es war nur eine. Ich bring Stroh. Ist in Zero drin. 100, 124 Stroh. Oh, okay. Also eine Strohwand brauchen wir noch. Ich habe es schon rausgenommen. Ja, eine Strohwand. Und dann baue ich, äh, zwei Dächer kann ich jetzt erstmal herstellen. Weil ich brauche dann erst wieder, äh, Fasern. Fasern, warte kurz. Fehlt denn jetzt die Wand noch? Ach da. Ah, ich habe das, ich habe das noch eine Faser. Stroh habe ich noch ein bisschen was. Ähm, die, 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 die Strohwand baust selber ein. Ähm, äh, ich sitze immer noch in der komischen Perspektive. Ja, schmeiß her. Oh, warte kurz. Und die Dings muss ich auch selber. Die Dächer? Mhm. Ne, das geht, glaub. Ne, das geht. Beistück habe ich jetzt schon mal drin. Drei, drei Stück brauchen wir noch. Brauchen wir erst Fasern. Ja, sieh da schon mal. Ah. Ja, nett. Dir ist heiß, du sollst deinen kühlen Platz aussuchen. Was? Ja, es ist halt echt heiß. Was hat sie? 34 Grad. Oh. Ah, wenn wir alle Bäume abgeholzt haben hier, hä? Globale Erderwärmung. Ja, jetzt, und das jetzt schon. Oh, ich könnte mal zum Mac rüber, ganz kurz. Ja, da müssten noch Fasern in, in, in der Dings drin sein. Na, ich will mal da reingucken. Boah. Noch ist noch nichts groß. Ja. Aber ich, da baut er halt wieder, hä. Ha, ha, ha. Warte mal, wir brauchen jetzt noch drei Dächer, gell? Bei dir. Äh, drei oder vier? Drei. Eins, zwei, drei. Bin grad drei am produzieren. Und dann müssen wir dir noch ein Bett reinstellen. Ja. Und ein Feuer, das aber, oder? Ja, das Lagerfeuer, das mach ich dann. Ich hab noch, ich hab noch ein Lagerfeuer rumstehen. Also, äh, unbenutzte. So. Einmal Dach. Zweimal Dach. Dreimal Dach. Fertig. Was ich jetzt aber noch schön finde, ist, warte mal schön herstellen, noch nochmal zwei Stück. Achso, so ein Vordach. Ja. Für hier links daneben und hier. Zack. Oh, hä? Hä? Will nicht gehen, hä? Irgendwie nicht. Hey! Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ich muss hochspringen, oder was? Ja, das ist mal wirklich. Cool. So. So? Ja. Jetzt guck ich mal, was ich für ein Bett brauch. Cool. Wo ist denn das Bett? Einfaches Bett. Ich brauch nur 40 Leder und 80 Stroh. Ich glaub, das mit einem Bett macht keinen Sinn, weil das zählt, glaub ich, für den ganzen Stamm, oder? Äh, nee, nur ein Bett. Pro. Wenn du jetzt drei Betten rumstehen hast, ne? Mhm. Dann kannst du auch dreimal respawnen. In kurzer Zeit. Achso, okay. Du kannst natürlich auch bloß einen Schlafsack reinlegen, davon hab ich ein paar. Ja, ich hab ich, ich leg jetzt grad einen rein. So, hier sind noch 100 Holzer und Speer drinnen, Speer nämlich mit. Ich hab jetzt mal einen Schlafsack hier liegen. Okay. Und ein Feuer kriegst Schleifer nur noch. Missfinde. Ah, ist das schön. Eigene Hüte. Äh, fuck. Ich find das Feuer irgendwie nicht. Ah, doch, da ist L-Ager-Feuer. Hallo. Guck mal. Da. Danke. Bitte. Bilder hab, Bilder hab ich leider noch keine zum an die Wand hängen. So. Machen wir hier in die Ecke. Stroh und das kannst du Feuer anzünden, ja. Also, es ist ja so unlogisch, aber es ist schon wieder so logisch. Ja, es ist, wann, wann wird's das geben, dass du Dinosaurier, auf Dinosauriern reiten kannst als Mensch. Und jetzt kommst du. Ja, mhm. Und jetzt kommst du. Da grad was läuft. Nein, jetzt kommst du und geh wieder weg. Boah, ey. Das ist die Bude nicht ein... 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 einstürzt nicht alles. Ja. Hallo? Ja. Er ist groß. Wie tut die Tiere schließen? Mit E. Geht irgendwie nicht. Abreißen kann ich's, ey. Du musst nur, musst nur an die Tür ran, die Tür angucken und eh... Ah, jetzt. Gut, machen wir mal zu. Guck mal, was ist bei dir aus? Ne, da öffnen. Ach, du hast schon genug gesehen. Ach, der frisst. Ah, okay. Ach, den kann ich auch schon, oder? Er hat auch schon wieder ein Level. Ja, wenn sie rumstehen, kriegen sie auch ein Level. Kannst du mal... Ah, ne, du bist jetzt gerade unterwegs. Ja, ich... Stroh. Uh, yeah. Was ist ein Meck eigentlich? Ach, da hinten. Der Baum fällt. Baum fällt. Ich wollte gerade, ich habe gerade so einen Baum fallen sehen. Und dann ist mir der dicke, der dicke Trizeratops aufgefallen. Da ist er. Ja, wenn du da unten noch ein bisschen am Schlachten bist, dann gehe ich mal da hoch. Oh, es pisst. Dann gehe ich mal da hoch und säbel da mal die Bäume weg, weil wir brauchen wieder Stroh. Oh, Kampfmusik. Ach, du. Ich muss da irgendwas angreifen, ja. Ja, das schon. Ja, das schon. Leg dich nicht Trizeratops an, ja. Letztlich erwarschen, die Leute im Ding, den kleinen, den kleinen Raptor, ne? Hat der... Einfach nur weg, weg ist ne? Einfach weg ist ne? So dicke Bäume, ne? Aber kaum was rauskriegen. ich schaue ich aus den palmen mehr raus aus den palmen kriegst mehr stroh raus als alles andere ich suche gerade nach Röhle die sind relativ selten level abverfügbar leck mich am arsch wie schnell der level der okay der ist ja auch level 4 wir tragen jetzt kann er wie viel ich kann deiner tragen weg im Moment kann also auf Mainzürfer oder was ne hier immer noch 300 Moment kann ich dir gleich sagen das war knapp 394 ich habe jetzt hier 100 irgendwas 408 Komma 8 ich bin ja momentan hier oben also die palmen am weg machen wegen stroh die wo so viel stroh geben aber ein paar bäume willst du stehen lassen oder paar bäume willst du doch stehen lassen oder oh ich kann nicht weiter die wachsen echt wieder nach echt naja da hast du hier schon kleine bäume oh stimmt die will ich jetzt alle wieder weg machen du hast äh die in farber gestehen lassen wegen äh das wieder passamen also ich weiß nicht ob das so mit einberechnet ist was du ja die beru ich mache ich mache jetzt alle weg also nur ein paar das mal wieder ich habe gerade ausgesehen die schildkröte angehauen ich kriegst du es hin ich krieg schon ich krieg schon ja hab sie ich bin mit das ist lauf 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 das mit so wieder viele kleine kommst du zurück ja den selbeg noch jaja so was haben wir denn jetzt so bei Prozent zwei drei vier fünf fünfhundert 80 stadt das landest du so das zeug kommt bei meckrein also das stroh aggressionslevel nicht aggressiv ich möchte die neutral ich möchte bitte passiv dankeschön zack rüber zack rüber zack rüber zack rüber stroh wiegt ja gar nichts ja das ist das gute ist bloß ultraschwerig stroh ich pack das stroh alles in den schrank rückweg mittlerweile gefunden ich bin da ach so das ist gut so jetzt pack ich ihn erst hey der hat gerade sein eigenes dach hier regnet zwar auch ein bisschen durch und regnet zwar auch ein bisschen durch ne bei dir gar nicht bei dir regnet sich durch bei mir schon na gut na gut jetzt kommt vielleicht rufen wenn es richtig nass ist jetzt hört es eh auf ja cool ja steht da sogar im schatten gell ja das mache ich ach so der hat ja einen level ab ja gut hält halt auch nicht ewigkeit aus was so allgemein das ist ja langsam echt mal feuersteine sammeln 32 ah gut dann kann ich dann kann ich mir davon gleich wieder so ein bisschen was holen hast du hast du hast den gleich den namen bemerkt dass beide ungefähr gleich heißen ne habe ich das nicht drauf geachtet deine heißt ja Cera meine heißt Cera mendein und pipeline so alle 32 herstellen ich stelle jetzt 32 Pfeile her so dass du level 15 bischner bürgen ist kein problem mache ich dir aber feine muss halt irgendwie dann gucken dass du auch selber welche herstellt ach mac macht hier oben dings was jetzt wollte ich gerade reingucken jetzt machst du zu ne warte da machst du ein fenster ganz ganz doof ist er auch nicht bei little four was macht er nicht blöd sein auf jeden fall er kann in seinem haus nach oben gehen ja gut das hier oben wird die dacht der dacht herrlich ich habe sogar das geländer gelernt ja ja einen sonnigen tag kann man doch hier schön kaffee trinken hier oben kommt meine kochstelle hin ach so das ist die küche aber wenn es regnet ist eine nasse küche ja ich will doch hier äh die suppe nicht äh wo krieg ich faser raus ah scheiße ähm sträucher sträucher oder du kannst eigentlich in der in der in der in dem schrank gucken wo wer meck steht da müssen eigentlich auch noch welche drin sein ne ich will ich will halt welche mal werden wir brauchen bestimmt irgendwann wieder welche ja sträucher muss abfahren nimmst du am besten den raptor mit und suchst dir sträucher und krabbelst die halt ab äh die krieg schmeckt die kriegst du mit dem oh 10 faser aber das hat er aber nicht schön reingesetzt hier scheiße meine zweite rampe die ist blöd geworden also die sieht zwar oben gut aus aber die geht unten mitten durch die textur durch hm oh mal gucken ob du es merkst ja er merkt es der läuft zu dir zurück da grad wo ist er denn grad voll doof das inventar fällt mir sich fast leer ja auch die karottensamen nehm ich glaube ich dir ich schmeiße ich kann mir gleich in die truhe rein und dann äh harnakobären bringe ich auch wieder mit echt mhm da frage ich mal da frage ich meinen triceratops der hat 200 stück dabei das ist krass mit dem mit dem die sträucher art ernten da kriegst du halt keine ähm äh harnakobären aber nur halt bären ohne ende was ist denn du ich sammle ja ich streiche die streicher ja faser und das ist halt echt teilweise echt wichtig holz fasern und stroh ist das wichtigste grundmaterial wie sieht es bei euch mit der nahrung aus in ordnung in der kurze verbraucher nix kaum und wenn könnte hier ein paar bären essen ein paar narkobären ja ja ha 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 ja ein ich gebe mich dann mal ganz kurz ein stück weiter weg keine gute idee mit den narkobären ist witzig so schlecht ein wo ist denn dein mein raptor ich bin auf dem raptor unterwegs ach so ja oder was was da war ein dodo level 13 173 fasern normalerweise müsste ich den jetzt eigentlich k.o. schlagen und zähmen ja dann hast du einen dodo ja das ist voll doof mit dem entfernt davon und so mit narkobeeren azulbeeren benutzung erzwingen meyobeere so lecker aber saftig ja dann bring ich ein dodo mit ich bring gleich ein dodo mit schön dodo der erste dodo da können wir dann können wir dodos zichten dodo nummer eins ja außer die rattoni fressen ich glaube ich nicht er folgt mir jetzt noch der lahmarschig der lahmarschig der wird schon kommen hier zu mir geradeaus soll ich dir entgegen laufen warte du bist 251 meter von mir weg du müsstest mich doch sehen eine andere richtung ich hab's glaubt bewegst du dich ja jetzt bewegst du dich nicht jetzt bewege ich mich jetzt bewegst du dich jetzt bleibst du dich aber weg von mir jetzt weiß ich wo ich bin mensch ey ja jetzt genau jetzt kommst du in meine richtung ja das ist voll verwirrend wenn du da auf einmal mitten im wald stehst gell und ja da ist halt einfach nur noch wald und das bekannte um dich rum was du kennst ist weg aber wo will denn der dodo hin mein gott jetzt weiß ich warum die ausgestorben sind ja die sind nicht die hellsten nee so benimmt er sich aber auch sie tschuldigung ach schon eine weibliche mhm brauchen wir da noch einen männlichen dodo und dann können wir inzucht betreiben zucht nicht inzucht inzucht nur dann wenn es ich seh da ein triceratops umherrennen ja meckmaster der maggie ja ich suche bald da hat sie genug da hat sie genug ja es wird weniger da oben ja aber da unten ist da unten ist ja noch viel brauchst du so viel holz oder was oh wo bleibst du denn ey na mal gucken vielleicht krieg ich ja die hütte noch ein bisschen weiter ich höre aber weißt du wo ist hehehehe wird schon kommen beweg dich ah wie der hinter mir hertnackelt gleich wieder Level Up komm jetzt ey mein Raptor ist Level Up ich auch krieg jetzt mehr Nahkampfschaden tun wir mal kurz noch ein Bierchen jo ja ich mach jetzt eh gleich Schluss das sollte man ja schon mal sagen danke schön fürs Zuschauen ja demnächst ja demnächst ich werde jetzt noch kurz das Zeug dann abliefern dass du dass du den Parasaurus nicht mitnimmst ne und das da drin zu lagern damit du leichter bist ist auch komisch ja jetzt bin ich voll jetzt habe ich 200 Fasern was machen wir was machen wir mit dem Dodo den Dodo den Dodo den hängen wir über den Grill der legt aber zu Eier genau tut er beim Meck oben auf die Dachterrasse klar der arme Meck der ganze Zeit der Dodo jammert das macht doch nix der jammert doch dann bei ihm ha 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 ey net bei mir rein komm Dodo gehts doch komm Dodo ich hab ne pfeilen Bogen ja komm Dodo ey Dessa komm 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 Dodo komm Dodo Alder kommt hier nicht rein ja wir haben die Geule weckere pfaden ne lass noch hier rumren greift die Ziel an nein macht er nett wechseln zu neutral wechseln zu passiv der bleibt dort stehen Och der braucht noch bisschen was ja du Schutter meinst paar Bärchen komm ich geb ihm ja ein paar Bärchen Der Armee. Die leveln auch ab, der ist Level 18. Ach du Scheiße. Da kannst du, wenn du willst, so ein Stroh runter bauen, da siehst du besser die Eier später. Ich hab da noch einen. Dodo. 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 Der ist Level abverfügbar. Dodo. 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 Ich hau. Du hast mein Fundament mitgenommen, gell? Ja. Jetzt weiß ich warum das fehlt. Warum? Meckert rechts. Prost. Prost. Stroh, Fundament, ich brauch noch 6 Holz, 20 Stroh. Geh mal weg da. Ich hab erstmal 358 auf Spinsitzer reingelegt. Alles für die Sache. Natürlich. Ich brauch 20 Stroh. Oh. So. Bären hätt ich noch genug. Einfach in die Dinos verteilen. Also in die Attenplässer verteilen. Ja, ja. Ich bin schon dabei. In den Dodo. Den facken wir voll mit 52 Kilo. Der läuft ja gar nicht mehr. Ja, dann bleibt er wenigstens hier. Dann bleibt er hier. Der Sack. Ähm. Ich hab auch noch komische, ähm. Oh. Nagobeeren. Ja, hab ich mit reingeknallt, ne? Komm mal her Dodo. Ja, ja. Komm mal her Dodo. Komm her Dodo. Als Arambo-Samen hätt ich Tito-Beeren-Samen. Geh jetzt da hoch Dodo. Ach. Azub-Beeren-Samen. Bleib da drauf. Bleib da oben. Blödes Fisch. Schlag dich tot, ey. So. Komm jetzt her. Wo soll ich die Samen auch da alle mit rein tun? Ja, komm. Hallo Dodo. Boah, du bist schon strunzend doof, ey. Natürlich. Hast du jetzt erschlagen. Ich hab mir das Geh schlagen. Ich hab mir das Geh schlagen. Wir fehlen Folgen. Folge. Ah, kleine Schläge auf dem Hinterkopf für höchens Denkvermögen, ne? Äh, 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 äh. Ja. Jetzt steh ich da oben drauf. Jetzt will ich aber nur so ein Stück näher kommen. Ja, so. Ja, der bleibt stehen. Ist ein männlicher, oder was? Ja, der ist ein weibliches. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. Wieso würd ich da jetzt so... Dodo Nummer eins. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn links weggeschmissen? So, also gut. Ich geh dann mal hier rein. Mach mal die Hütte zu. Und... Und... Würd mal sagen... Ey. Hey, etwas Privatsphäre, bitte. Gut, dann danken wir euch erstmal wieder Versuchungen. Ich hoffe, es war ein bisschen anregend für euch. Das Niveau ist der Uhrzeit gemessen. Ja. Und deswegen mache ich jetzt... Hallo, da wackelt wieder die ganze Bude hier. Hallo, Mac. Hi. Okay, dann bin ich mal raus. Jo. Tschau. Tschüss.